wer dort aber es ist immer so als würde man durch so eine scheibe diese lens flare effekte traum und auch diese schimmer hier richtig gut mich würde interessieren mich würde interessieren ich meine es kam drüsselpath dann kam drüsselpath genie und dann kam zwei monate später das spiel war das so jesus mariah carrie joseph war das so sollte das ein kleiner finanzschub sein also hat man sich da hofft ja hey meines spiel gibt es für einen euro wenn es 80 leute kaufen habe ich 80 euro verdient weil leaving lindow kam ja im prinzip auch nur raus um ist schade weiter zu finanzieren deswegen kam die weg lindow als so eine art ja ich sag jetzt mal beta version raus ist geil in dem nebel und so wie das alles ist man sieht aber man sieht es nicht deutlich wenn das spiel in so eine art richtung ist jetzt vielleicht weit aus dem fenster gelehnt aber es könnte auch in so eine richtung horror gehen du wisst ihr da liegt man jetzt den hebel um der hebel wird surprise surprise die brücke bauen und wenn wir rüber gehen bricht die brücke ein oder so es wird auch auch hier ist eine unsichtbare wand es wird wirklich frühzeitig verhindert dass so trotteln wie ich auf die idee kommen da jetzt runter zu springen und vom weg ab zu kommen es wird frühzeitig verhindert es ist sehr ein sehr sehr enger raum sehr lineare das ganze keine chance keine chance ich würde schon gern ich weiß noch dass in die rester da war so ein so ein loch im boden und da gab es eine kommentierte version auch dazu und dann hat irgendwann ein entwickler gesagt naja aber wir müssen damit rechnen wenn wir dieses loch in den boden machen dass die leute versuchen rein zu springen also müssen wir uns was ausdenken wieso gibt es hier auch einen hebel den ich nicht betätigen kann ist das rein für die das feeling dass das eine brücke ist die man von beiden seiten bedienen kann oder kommen wir darauf noch mal zurück wie gesagt ich behalte immer so ein bisschen die wälder und alles im auge ich spekuliere darauf irgendwas zu sehen irgendwas weil jetzt blind da rein rennen da ist der hirsch achte darauf wohin der hirsch schaut mein freund der hirsch und und w w w ... 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 Was? Okay, Sternenhimmel und Mond und alles. Der Mode Noir liefert uns dann doch nochmal etwas mehr. Ich bin gespannt, was uns der jetzt noch bietet. Da stand ja auch Alternative Ending. Mal schauen. Es ist schon... Und diesmal schaue ich genau hin. Sorry, ich wusste nicht, dass das Spiel direkt endet, wenn man die Tür öffnet. Ich dachte, man kann zumindest nochmal, bevor man reingeht, Wisst ihr, ich dachte, man muss reingehen, bevor das Spiel endet. Sternen, klarer Himmel. Also das Spiel beschäftigt sich, wenn ich jetzt mal so eine psychologische Analyse machen darf, mit dem Problem des Alkoholismus. Also was mit Menschen passiert, die sich im Alkohol verlieren. Dass sie quasi die wichtigsten Momente ihrer Liebenden verpassen. Und sie dadurch natürlich auch verlieren. Und letztendlich sind sie einsam. Und nichts bleibt, wie zum Schluss auch gesagt wird, außer die Einsamkeit und eine Flasche. Wir haben die Gazelle vorher schon gesehen. Die schaut auch irgendwo hin. Können wir auch nochmal absupen. Sehr gerne machen wir... Ob es uns jetzt neue Erleuchtung gibt, weiß ich nicht. Aber der Modus gefällt mir. Und wenn jetzt das Klavier nicht da wäre... Wenn das Klavier nicht da wäre... Hätte ich krasse Horror-Vibes. Dann könnte das auch irgendwie eine neue Map für Slenderman sein oder sowas.